Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Trade-Up Video. Ja, wie ihr schon seht, haben wir hier 20 MP9s R-Lock und alle in Minimalware. Und ja, was wir daraus gewinnen können, ist natürlich die Arca Neon Revolution. Ja, da würden wir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch Gewinn machen. Und mit der Phamas glaube ich nicht, muss ich mal kurz nachschauen. Aber ich glaube, die ist in Minimalware noch 20 Euro wert. Da würden wir auf jeden Fall deutlich Verlust machen. Warum nicht Factory New? Weil sich Factory tatsächlich wirklich kaum lohnt. Von dem Preis her, da lohnt sich Minimalware mehr. Und ich habe mir sogar noch überlegt, von dieser Sorte hier einen StatTrak Battles Card Trade-Up zu machen. Ähm, weil da würde man auch noch richtig gut absahen, ja. Zum Beispiel auch hier mit der MP9 R-Lock in Battles Card StatTrak 650, ja. Und die Arca Neon Rider in Battles Card StatTrak ist noch 130 wert. Das heißt, wir würden knapp das Doppelte, oder über die, ne, knapp das Doppelte, ja, an Gewinn machen. Aber wir könnten natürlich dann auch mit 25 Euro, ja, die Phamas komplett reinzacken, ja. Und, äh, wir werden davon zwei Trade-Offs machen von den Minimalware's. Und zwar in zwei Wochen, ja. Also, eine Woche, also diese Woche jetzt einmal und nächste Woche dann den anderen. Und, äh, ja, wir hoffen jetzt einfach mal, ich, sind eigentlich alle Minimalware's, sind alle, alle etwa gleich gefloat. Ich habe auch extra auf CSGO's Taschen nachgeguckt, man kriegt überall, äh, Minimalware raus, ja. So, Use in Trade-Up Contract. Und, äh, wir nehmen jetzt einfach mal diese hier. So, also, 10 MP, oh, 10 MP9 Airlocks. Und, äh, ja, wir nehmen mal hier auf Proceeds. Und wir wollen natürlich, ja, die Arca Neon. Ja, ich schreibe jetzt einfach mal Neon hin, ich hoffe, das reicht, ja. Und wir müssen natürlich dann hier ausmalen. So, klicke einfach mal auf Submit Contract. So, das geht ziemlich schnell durch, weil der Name jetzt sehr kurz ist, ja. Und, und, ja, sehr geil. Sehr geil. Das ist richtig geil. Die müsste Minimalware's sein, ganz genau, ja. Hier seht ihr noch die ganzen anderen Trade-Ups, ja, die die Woche folgen werden. Aber das hat auf jeden Fall schon mal richtig geil geklappt, ja. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Bis zur nächsten Woche.